Hallo, meine Damen und Herren! Mein Name ist Stefan Winter, ich bin der Managing Director und einer der Co-Founders von Limbic Entertainment. Mein Name ist Julien Pirou, ich bin der Kreativ Designer und Writer für Might & Magic 10 Legacy. Ich bin ein Fan von Might & Magic für lange Zeit. Ich habe mit Might & Magic 2 angefangen, mit dem Sega Genesis Megadrive in Europa in den 90ern. Ich habe angefangen zu machen, story-pitches, gameplay-proposal, zu verkaufen, das Projekt internen. Und nach ein paar Iterationen, das Projekt mit Might & Magic 10 Legacy war. Personally, ich bin für lange Zeit ein großer Fan von RPGs. Wenn wir zusammenarbeiten mit Ubisoft auf verschiedene Projekte, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, zu arbeiten mit einem solchen Projekt wie Might & Magic 10 Legacy. Die Hauptidee oder die Spirite von der Open Entwicklung ist, um mehr Informationen zu sharen, um mehr Transparenz mit Fans zu sein. Wir schauen, was andere Teams sind, besonders Indie-Developer. Und wir haben herausgefunden, dass es eine sehr, sehr, sehr close relationship zwischen den Gemeinschaften, die Entwickler, und tatsächlich die realen Team-Members. Und wir haben das sehr, sehr interessant. Und ich denke, es ist eine großartige Approche. Basically, die Open-Development ist meistens durch eine Open-Development-Blog, auf dem wir diskutieren verschiedene Themen. Und es gibt auch Votes, für die wir die Meinung nach der Community fragen. Und es gibt auch die Early Access Version des Spiels. Wir wollten wirklich sicher, dass die Spieler ein bisschen ein Stück spielen können. Wir haben viel gelernt aus dem Spiel. Wir haben viel gelernt aus dem Spiel. Wir haben viel gelernt aus dem Spiel. Sie haben uns gesagt, sie wollen ihre Wahls, sie wollen die Interaktion mit dem Environment, sie wollen diese secreten, die geheimlichen Plänen finden. Sie wollen herausfinden, ob es eine Psy-Quest gibt, und so weiter. Und so weiter. So, es hat uns wirklich geholfen, zu bleiben, zu bleiben, zu bleiben, zu bleiben, und zu bleiben. Das ist es, eigentlich. Die Night-and-Death-Cycle hat auch eine Rolle gespielt. Ja, genau. Die Fans haben uns gesagt, das ist zu schnell, zu verändern. Das wird einfach nicht funktionieren. Und so, wir haben. Wir haben ein neues Konzept in-Game und das ist es jetzt. So, overall, wir sind sehr, sehr glücklich. Und ich denke, es ist eine gute Möglichkeit, heute, zu sagen, ein big thank you, zu allen, die contributed, und ihre Opinion, und auch die Kritik. Alles ist willkommen. Basically, auf einem Top-Level, OpenDeath ist jetzt zu Ende. Und wir fokussieren auf der aktuellen Entwicklung. Wir wollten eine physische Box für Fans der Serie. Wir wollten alle der Might-and-Magic Titel auf den Schnellen. in der Schnellen. Ich weiß, ich mache das. Wir haben die Fans auf der OpenDeath-Block für die Preferred Design für die Box. Das zeigt die Green Design die Sie hier sehen. Und es ist wirklich mit all kinds coolen Sachen, wie in den guten alten Zeiten. Wir haben eine Kloft-Map von der Welt, die wir zu exploren haben. So, wenn man RPGs in den 80ern und 90ern wissen, was das ist. Wir haben die Game auf einem Disc, wir haben die Soundtrack CD, wir haben eine gute Lifographie von Artwork von der Game. Full Version of Might and Magic 6 The Mandate of Heaven. An Exclusive Dungeon called the Dream Shard. Und the DLC of the game when it's released. This Box will be available in retail in many, many countries but you'll have to check the list of countries on the website. So, Might and Magic 10 Legacy will be released officially on the 23rd of January 2014. Today we want to take the opportunity to show you some new exclusive gameplay from Might and Magic 10 Legacy and here you go. to The Locast. To be continued... ... Untertitelung des ZDF, 2020